Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jizz in my your pants, his pants, her pants, they're our pants. Einfach in alle Pants ist reingejizzed. Hallo Jen. Hallo Dizzy. Was geht ab? Ja, nicht viel. Ich bin seit drei Stunden wach. Wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Crazy. Ja, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Ich hab heute Morgen übrigens, weil ich schon vor dem Podcast mein Spörtchen gemacht hab und mal darüber nachgedacht hab, ich glaube, ich hab mal ein bisschen darüber nachgedacht, ich glaube, ich werde dir diese Woche keiner so dollen Hausaufgaben geben. Wir machen mal D-Load-Woche. Ne, was für eine Woche? Weil ich glaube, D-Load-Woche, beim Sport zum Beispiel, wenn du D-Load-Woche hast, trainierst du ein bisschen schwächer, damit dein Körper sich ein bisschen regenerieren kann. Also, das ist sehr nett. D-Load. Das ist richtig nett. Und ich glaube, ich bin sehr hart mit dir. Also, das ist auch sehr oft schon als Feedback gekommen, dass ich sehr hart mit dir bin. Ich glaube, ich werde diese Woche ein bisschen sanfter machen. Würde ich mich ja schon schämen, ne? Du wirst dich schämen? Ja, würde ich mich ja schon schämen an deiner Stelle. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Nein, alles klar. Hallo, ich muss... Ja, und umso härter gehen wir dann bei dir rein, ne? Excuse me, ich muss die Spiegel-Selfies machen. Und das ist ja wohl bitte der größte Ego-Western. Du musstest noch keine TikTok-Videos machen. Okay, ja, da hast du recht. Da hast du recht. Also, wenn das dann kommt, ist das die Anti-D-Load-Woche für dich. Die Anti-D-Load-Woche? Ja. Ich habe jetzt schon, also ich muss schon sagen, ich habe schon die letzten drei Wochen richtig reingeknallt. Habe schon gemacht so ein bisschen. Und Konsum? Nee. Nee, mein Konsum ist weniger geworden wieder. Echt? Ja. Aber du lädst viel hoch. Ja. Ich arbeite an dem Image, nicht der Unnahbare zu sein. Funktioniert das denn auch? Also, ich glaube, das gefällt Menschen ganz gut, ja. Und wie kommst du darauf? Ich habe sehr viele... Also, ich habe letztens zum Beispiel einen Fragesticker bei Instagram gemacht. Ja. Und ich habe sehr viele Fragen gekriegt. Sonst waren es immer so drei, vier. Und mittlerweile sind das schon so 20, 30. Also, es nimmt schon zu. Guckst du dir an? Und ich habe auch so sehr viel Feedback im Chat. Ja. Beim Stream. Ja. Also, ja. Sehr gut. Kommt schon ganz gut an. Bin sehr stolz auf dich. Danke. Ja. Ich auch auf mich. Ja. Ich weiß nur noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber Spiegel Selfies ist auf jeden Fall nicht mein Jam so. Da sehe ich mich einfach gar nicht. Ich denke mir immer so, was soll die Scheiße da vor dem Spiegel rumhambeln mit dem Käse so. Naja, das macht man, um sein Outfit zu zeigen. Was für ein Outfit? Ich habe immer kurze Hose an und T-Shirt und manchmal Mütze. Also, jetzt gerade Mütze, nur weil ich Bad Hair Woche habe. Wir können ja eine 7-Tages-Spiegel-Selfie-Challenge machen. Excuse me. Ich mache auch mit. Du machst auch mit? Ich mache auch mit. Okay. Dann sind das unsere Hausaufgaben. Das ist fair. Das ist wie eine Deload-Woche. Für die nächste Woche, ja? Ja, für die nächste Woche, ja. So in die Insta-Story, ja? Genau. Okay. Okay, wir machen 7 Tage. Dann haben wir ja die Hausaufgaben schon durch. Ja, siehste. Das ist doch eine entspannte Hausaufgabe. Das wird ja immer besser. Ja. 7 Tage Spiegel-Selfies. Da sehe ich uns. Ja, toll. Dann muss ich mir ja 7 Tage mir immer irgendwas anderes anziehen. Also nicht, dass ich das nicht mache. Dann muss ich mir ja 7 Tage die Haare, ey. Dann muss ich Montag nochmal zum Friseur. Das ist doch scheißegal. Ey, ich habe Haare momentan, die sind aber katastrophal, sage ich dir. Er setzt Cappy auf. Aber Holla, die Waldfee, bitte? Du setzt Cappy auf. Nee, ich habe nicht so viele Caps. War ein Witz. War ein Witz. So, pass auf. Ja. Ich habe hier, ich habe gestern mal gefragt im Stream, was Leute sich denn so für Themenvorschläge oder was die Leute für Themenvorschläge haben. Ja. Da waren sehr schöne Sachen dabei. Ja. Also, wie sehen wir uns zum Beispiel in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Nee, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Das ist die meistgestellte Frage. Das stimmt. Und dann hatte ich aber noch eine sehr schöne Frage. Wie verbindet man das Content-Creator-Dasein mit Familie? Also, wenn man mal irgendwann eine eigene hat. Und dann hatte ich noch was richtig Schönes. Vorurteile von Männern gegenüber Frauen und Frauen gegenüber Männern. Und da du ja eine Frau bist und ich ein Mann bin, habe ich mir überlegt, das hatte ich dir ja gestern schon gesagt, wir rammeln uns heute die richtig räudigsten Vorurteile an den Kopf. Aber volle Rakete. Gut. Ja, ich habe hier schon so zwei Tabs offen. Du hast schon zwei Tabs offen? Ich habe zwei Tabs offen. Mit was? Mit Vorurteilen gegenüber Männern. Okay. Ja. Willst du anfangen und gleich mal so ein richtig fettes Ding rausbraten? Ich muss erst mal überlegen. Manche Vorurteile sind auch Quatsch. Das ist gar kein... Weiß ich nicht. Warte mal. So, was haben wir denn hier? Die Welt ist voller Vorurteile, Klischees und Schubladendenken. Vor allem, was Geschlechterklischees angeht, schwirrt ziemlich viel Quatsch in den Köpfen herum. Hier mal ein paar Beispiele. So, was haben wir denn? Was haben wir denn hier so schön? Männer. Männer machen gerne einen auf dicke Hose und müssen deshalb auch in U-Bahnen so breitbeinig sitzen. Wow. Was sagst du dazu? Also grundsätzlich sitze ich breitbeinig, damit meine Glocken irgendwie nicht zusammengedrückt werden. Weil das ist... Also ich meine, man kann schon mal so sitzen. Also für die Leute jetzt, die nicht zugucken, sondern eher hören, dass sich die Beine übereinander schlagen wie Frauen. Aber das wird auch etwas unangenehm. Und ich sag mal, so normale Breite ist ja relativ okay. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt einen Spagat machen. Es gibt schon so die Männer, die sitzen wirklich da und haben halt schon so, dass du dich nicht daneben setzen kannst. Ja, das ist unangenehm und bescheuert so. Aber grundsätzlich ein bisschen weiter offen haben, finde ich jetzt persönlich gar nicht so verkehrt. Okay. Und was ist da mit denen, die dann immer so da sitzen? Na, die sind vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich denke nicht, dass das die breite Masse ist. Vielleicht haben die wirklich sehr dicke Eier und haben vielleicht Blue Balls. Ich meine, es kann ja sein, dass sie Blue Balls haben, weißt du? Also vielleicht... Kennst du Blue Balls nicht? Nee. Blue Balls ist, wenn du eine Frau kennenlernst und man sich regelmäßig sehr nahe kommt, aber nie zum Höhepunkt kommt, um zu entladen. Und das führt dazu, dass Männer extreme Schmerzen in den Nüsse haben. Weil wenn du eine Erektion hast und dagegen nichts machst, wird das irgendwann sehr schmerzhaft. Machen die das mit Absicht? Frauen? Nee, Männer. Nee, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach so. Aber es kann ja sein, dass du, ich weiß nicht, du hast eine Frau, die du sehr attraktiv findest und du fängst halt an, sie langsamer kennenzulernen, weil du nicht gleich, ne? Ja. Sondern ganz gemütlich und du kommst halt nicht zum Höhepunkt, sag ich mal, oder du machst halt in der Hinsicht nichts. Und das machst du so zwei, drei, vier Mal. Du hast halt sehr oft sehr lange eine Erektion, dann schmerzt das irgendwann sehr. Okay, ich dachte, du sagst jetzt, das ist so ein Ding und das ist irgendwie ein Kink oder sowas. Ich meine, das kann auch ein Kink sein, weiß ich nicht, natürlich. Also das will ich gar nicht ausschließen, dass das nicht auch ein Kink sein könnte. Aber Blueboards sind auf jeden Fall nicht geil. Okay. Also immer wenn ich jetzt breitbeinige Männer in U-Bahnen oder Straßenbahnen sitzen sehe, denke ich mir, ach, der hat Blueboards. Also natürlich muss das jetzt nicht immer so sein, logischerweise, ne? Aber kann durchaus möglich sein, ja. Nun, haben wir das ja auch geklärt, okay. Gut. Ich schmeiß einfach mal, ich schmeiß einfach mal gleich das Ding in den Ring. Oh, das Ding? Frauen können kein Auto fahren. Ähm, ich weiß, also ich kann halt von mir sprechen. Ich bin eine sehr unsichere Autofahrerin und kann auch kaum einparken. Ich bin immer sehr glücklich über die Frauenparkplätze in den Tiefgaragen und nutze die auch aktiv und effektiv. Und, ähm, also ich würde sagen, bei mir trifft das eindeutig zu, ja. Ob das bei anderen zutrifft, weiß ich nicht. Wenn ich überlege mal, meine Freundinnen, ja, wenn ich, ich denke gerade mal so an Milchbaum oder so, ne, die kann eigentlich, die kann eigentlich sehr gut fahren. Dann... So hätte ich sie jetzt auch eingeschätzt. Ja, die kann wirklich sehr gut Autofahren. Mit ihrem... Als hat sie ein neues Auto. Davor hat sie ja so einen Twinko gehabt, so einen ganz kleinen. Aber, ne, die kann das so. Und die anderen, die können eigentlich alle Autofahren, außer ich. Also ich kann schon Autofahren, aber... Das kann ich so aus Erfahrung, nur aus Erfahrung auch nicht beschädigen. Also, nicht wirklich. Ich denke auch nicht, dass da jetzt tatsächlich was dran ist. Ich denke, auch ein großer Anteil, äh, ein großer Anteil Männer kann auch kein Auto fahren. Safe. Ja. Gut. Haben wir das geklärt? Haben wir das geklärt? Das liegt an den einzelnen Personen. Los. So. Schmeiß mir was an den Kopf. Ähm, Männer denken... Ah, das ist auch eine Frage, die ich mich wirklich frage. Sie könnten wirklich, wirklich mit Anmachsprüchen punkten. Zum Beispiel, sind deine Eltern Terroristen? Du bist so scharf wie eine Bombe. Denkt man wirklich, ja, das kommt gut an? Oder denkt man, nee, das bringe ich jetzt nur als Joke? Also, aus eigener Erfahrung, das kann ziehen, muss aber nicht. Kommt auf die Frau an. Also, es kommt wirklich auf die Frau an. Du kannst mit solchen Dingen auch wirklich punkten. Oh. Okay. Also, ich sag mal... Ach so, du hast mir ja letztens auch so... Du hast letztens auch irgendwas gedroppt, ne? Wollte ich gerade sagen. Ich hab dir letztens auch so ein Ding um die Ohren gehauen und du fandst das Ding eigentlich ziemlich geil. So, Gaui. Ich fand's sehr witzig. Wie war der? Wie ging der? Äh, darf ich dich einladen auf ein McFlurry bei... äh, bei McDonalds. Du darfst dir zwei Toppings aussuchen und ich bin das dritte Topping. Von wem kam das? Von jemand aus deinem Chat, oder was? Nee. Also, äh, das ist, glaub ich, eigentlich nur aus... So, weiß ich gar nicht. Das ist, glaub ich, aus meinem Mist gewachsen, irgendwie. So, so eine Mischung aus allem, glaub ich. Wir haben da einfach so was zusammengebaut. Und die Leute haben gesagt, das kommt nicht gut an. Du, das ist, du, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manch eine Frau mag das, äh, manch eine Frau mag das nicht. Also, ich sag mal, einige mögen's plump, einige mögen's nicht plump, einige mögen's intellektuell, andere wieder nicht. Also, ich denke, das ist wirklich unterschiedlich. Das stimmt. Aber man kann so auf jeden Fall auch, denke ich, das Eis brechen. Je nachdem, wie die Person auf der anderen Seite ist, weil man hat was zu lachen, ne? Richtig. So, wenn man das jetzt natürlich voll im Ernst ist, äh, so kommuniziert wird, schwierig vielleicht. Aber es gibt schon, also, es gibt wirklich auch sehr schöne Sachen, die wirklich unfassbar witzig sind, auch. Das stimmt, ja. Und es ist halt ein guter Eisbrecher. Ja, Hauptsache, du bringst die andere Person entweder zum Lachen oder zum, oh, das ist aber, das klingt aber schon geil. Äh, eben. Ja, ja. Egal, ob er pumptet oder nicht, ja. True. Ja, perfekt. Next. Äh, alle Frauen können kochen. Und den Haushalt machen. Na, natürlich. Also, wenn ich mich angucke, auf jeden Fall. Also, mein Haushalt hier 1a und kochen auch. Da möchte ich, da möchte ich nichts zu sagen. Darf ich da voll reinhalten? Wir haben ja keinen Tabus, oder? Darf ich da voll reinhalten? Ich frage vorher nochmal zur Sicherheit. Ach, na ja, ja, klar, warum nicht? Ja? Also, wenn ich das nächste Mal zu dir komme und irgendwelche Strippen ziehen muss und ich süle mich in Lacy's Haare auf dem Boden, so extrem, dann klingt wirklich das Brechen. Es ist schon sehr pain, wenn man ganz viel Kabel unter seinem Schreibtisch hat und da sind ganz viele Lazy-Haare. Aber ich habe ja jetzt keine Kabel mehr unterm Tisch, deswegen konnte ich da auch letztens Staubsaugen. Wie wär's denn mit dem Staubsauger, Roboter? Ja, da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. Immer noch. Ja, da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. Jawohl, ja. Ich muss jetzt mal testen, ob das auch wirklich so gut ist. Ah ja. Ah ja, Katze, hallo. Katze da. Kannst du kochen? Mit dem Thermomix, jo. Also, was heißt, wie definiert man, ich kann kochen? Weil, wenn ich ein Rezept habe, kann ich das nachkochen, ja. Ist das jetzt, ich kann kochen? Na klar. Sicher. Ja, aber dann warum denn nicht? Weil für mich ist das immer so ein, naja, ich mache halt einfach, was auf dem Zettel steht. So, wenn man sagt, okay, ich kann kochen, dann denke ich so, geil, der hat das im Kopf und das Rezept, einfach im Kopf und das im Kopf und der macht einfach freie Schnauze und kann kochen. Ja, ich meine, jeder fängt mal klein an, nicht? Also. Ja, natürlich. Also nach Rezept kochen, ja, kann ich natürlich. Naja, dann kannst du doch kochen. Also. Okay. Gut. Aber nicht jede Frau. Nee, muss ja auch nicht. Jeder Mensch hat ja, also die Diversität der Menschen oder der Charakterzüge von Menschen ist ja riesig groß. ist also... Ja. Richtig. So. Männer. Jetzt geht's los. Okay, ich bin, warte, ich setz mich hin. Let's go. Männer können alle super mit Autos umgehen, parken besser ein und sind handwerklich einfach begabter als Frauen. Das muss genetisch bedingt sein. Nee. Absolut nicht, nein. Nee? Nee. Nee, absolut nicht. Nee. Stimmt nicht. Also es gibt so viele Männer, die haben linke Hände, können nicht mal einen Nagel in der Wand reindonnern, geschweige denn eine Schraube reindrehen, nee. Und kennst du Frauen, die das können? Ja. Super viele. Richtig viele. Also wirklich unfassbar viele. Bist du handwerklich begabt? Medium. Also ich sag mal, so den Basic Shit kriege ich schon hin, würde ich sagen. Aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass ich handwerklich begabt bin. Also ich sag mal so, wenn jetzt was zu tun ist im Haus, dann wird das gemacht und dann geht das auch. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht in das Öl wechseln am Auto, wobei das wahrscheinlich auch nicht zwingend unbedingt schwer ist oder so. Und dann kann man sich da auch reinwuseln, aber nee. Ich weiß aber auch nicht, wo das herkommt, ne? Aber Autofahren kann ich gut. Autofahren kann ich richtig gut. Du fährst ja auch immer zu Hause. Nicht nur zu Hause. Das hast du dir auch angeeignet. Autofahren? Ja. Ja, also Autofahren tue ich schon sehr viel. Und am Anfang konntest du auch so gut fahren? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich meinen Führerschein erst mit 33 gemacht habe. Echt? Ja. Ich habe meine, meine, meine wilde Zeit war vorbei. Also zum Beispiel, wenn du früher jünger warst, hast du halt schon mal durchgetreten. Und ich persönlich, also ich fahre auch mal schnell und das möchte ich definitiv nicht verheimlichen und sagen, nee, ich bin Engel. Aber ich fahre wirklich ausschließlich schnell und nur auf der Schnellstraße slash Autobahn, wenn alles frei ist, ansonsten nicht. Und das ist halt, glaube ich, so dieses reflektierte Erwachsensein, was mir halt dabei hilft. Und warum ist das ein Vorteil, dass du das erst so spät gemacht hast? Weil ich mir meine Hörner schon abgestutzt habe. Also ich muss jetzt nicht auf dem Feld fahren und einen Handanker ziehen und mein Auto drehen lassen oder auf dem Parkplatz Donuts drehen, weil das fühle ich einfach nicht. Und da sind halt meine, meine, meine Hörner habe ich mir abgestoßen und die wilde Zeit ist weg. Und dadurch bin ich halt sorgsamer damit umgegangen. Zumal ich habe zum Beispiel mein allererstes Auto war ein kompletter Neuwagen und da ist nie, ich habe noch nie einen Unfall gehabt. Noch nie? Nee, gar nichts. Außer, dass halt mal so andere Leute mal was auf dein Auto ballern. Ja, aber selbst da, guck mal, selbst da ist nichts passiert. Also da ist bei mir, kickt sofort rein, okay, einfach geradeaus fahren, kannst du eh nicht ändern. Ja. Und dann fährst du, so, aber ansonsten ist noch nie was passiert. Krass. Und parken, ich habe einen Berlin-Führerschein gemacht, ich komme überall rein, jede Ritze. Und raus. Ist so. In jede kleinste Ritze. Ja. Parken ist schwer. Ja, voll. Parken ist wirklich, parken ist wirklich nicht so einfach. Also da muss man echt viel, viel machen für, damit das halt funktioniert. Also man muss es halt oft üben. Ich bin, ich hatte, ich hatte eine Woche meinen Führerschein gehabt und da bin ich irgendwo eingeparkt und ich hatte hinten an meinem Auto, hatte ich so eine, diese, Anhängerkupplung und ich bin halt nach hinten gefahren. Das war so ein Mercedes-Benz A-Klasse-Ding und da bin ich halt voll unter das Ding von dem Auto hinter mir eingehakt und ich so, was war denn das? Und aus Reflex fahre ich nach vorne und ziehe das ganze Ding ab und ich hatte eine Woche meinen Führerschein gehabt. Ja. Besitzerin kam dann, war sehr unglücklich, aber naja. Versicherung. Dafür gibt es Versicherung. Versicherung, richtig. Ja, gut, okay. Verstehe ich. Ja. Ich möchte nie wieder eine Anhängerkupplung dran haben. Also ich habe wirklich, ich habe vorher, bin ich ein SUV gefahren, auch relativ groß, möchte ich mal meinen. Ich habe den jede Lückerin gezimmern. Also war kein Problem. Mit Pieper oder ohne Pieper? Nee, mit Pieper. Ja. Ohne ist auch, also, bitte? Ich finde, so ein Pieper macht schon sehr viel aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass es die Technologie gibt. Also das Ding hat ja auch einen Assistenten, wenn du wirklich zu nah dran bist, hat das Auto von alleine gebremst, damit du da nicht reinfahren kannst. Das ist halt so, finde ich gut, dass es das gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese, es gibt auch diese Autos, die selbst parken. Wie funktioniert das? Kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Na, weil die überall Sensoren haben an dem Auto. Ja, aber machst du wirklich nichts und du sitzt nur da? Ja. Na klar. Also du sitzt wirklich nur da, kannst die Hände hochmachen, kein Gas, nichts, bremsen, nichts. Du kannst auch aussteigen. Es gibt auch Dinger, da kannst du das über die Fernbedienung machen und sagen, hier, park ein. Aber wenn das Ding trotzdem anstößt, dann ist es nicht deine Schuld. Stößt nicht an. Da sind so viele Sensoren drin mittlerweile. Das ist halt genauso wie bei meinem alten Auto, wenn du rückwärts fährst und du bist quasi im roten Bereich, dann bremst du das automatisch. Dann wird die Bremse durchgedrückt und dann kannst du nichts mehr machen. Dann steht das Ding. Dann kannst du nur erstmal wieder nach vorne fahren, um die Distanz wiederherzustellen. Muss ich mal probieren. Gut. So, das war mein Vorteil. Vielleicht hat dein nächstes Auto ja so ein Ding. Das wäre geil. Okay. Ich habe noch eins. Und das hat für sehr viel Aufruhe gesorgt. Frauen ziehen sich nur hübsch an, also kurze Kleider und Ausschnitt, um Männer spitz zu machen oder scharf zu machen oder in dem Sinne provozieren. Ich würde sagen, es gibt zwei Seiten. Im einen gibt es die Seite natürlich, man denkt sich so, Alter, ich habe heute ein Date, ich mache mich heute extra geil, damit der denkt, Alter, ist das Maschala eine richtig geile. Natürlich gibt es das. Andererseits gibt es aber auch die Tage, wo du einfach sagst, boah, heute ist warm, 36 Grad, ich ziehe mir heute ein kurzes Kleid an und will einfach nicht schwitzen. Oder du sagst dir, okay, ich schminke mich heute einfach, weil ich Bock drauf habe. So, wie oft sitze ich einfach, das habe ich früher ganz oft gemacht. Da saß ich einfach am Schminktisch morgens um 10 Uhr und dachte mir, du machst heute zwar nichts, aber ich habe Bock, mich heute richtig mit Make-up einfach zuzukleistern. Nicht mal gestreamt oder Bilder, gar nichts. Einfach so, wo ich dachte, ich mache das einfach für mich, weil ich Bock drauf habe. Also tatsächlich, es gibt die zwei Seiten. Es gibt einmal, na klar, man macht das einfach, weil man Bock hat aufzufallen, man will einfach geil aussehen für andere. Andererseits gibt es auch einfach das, ich will heute einfach mal auch sagen können, ich gucke in den Spiegel und sagen können, ich sehe echt gut aus. Ja. Genauso ist es doch bei Männern, oder? Weiß ich nicht. Na, wenn du dich mal schnieke machst, machst du das für andere oder machst du das für dich? Für mich? Ich mache alles für mich. Ja. Also ich mache das jetzt nicht um, nö, für mich. Ja. Ich bin, also okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber ich bin halt immer schnieke. Ist egal, in welchem. Also. Naja, aber wenn du dich mit irgendjemandem mal triffst und so sagst du dann nicht, heute mache ich mich besonders schnieke, ne. Gut. Dann halt nicht. Na, das Ding ist halt, ich bin immer gepflegt, immer rasiert, äh, also ich kann mir wirklich ein Shirt anziehen, kämm mir die Haare und dann bin ich fertig. Boah, das ist lustig, ne. Weil meine Klamotten sind, also meine Klamotten sind halt immer ordentlich und, äh, Schuhwerke auch, also, ne, brauche ich nicht. Das ist schon, das ist schon angenehm, ey. Das ist schon cool. Dazu gibt's aber eine witzige Geschichte, die das bewirkt hat. Also, dass bei mir das Denken ein bisschen anders wurde. Ja. Ich hab, äh, äh, ich hab ja letztes Jahr eine Frau kennengelernt gehabt, davon hatte ich ja schon mal erzählt. Mhm. Und die war, also, die war wirklich sehr hübsch. Also wirklich bezaubernd. Mhm. Egal in welcher Form. Mhm. Und die Dame hat sich wirklich immer schön gemacht. Also nicht für mich, geh ich von aus, sondern für sich. Die ist dann halt auch mal in einem Abendkleid mit, äh, mit Make-up und Haare schön und alles und hat sich immer, äh, rausge, äh, rausgebrezelt. Und ich saß daneben, äh, meistens mit einer Cap, einem T-Shirt und dann eine kurze Hose. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich, 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 ich schmücke dieses Szenario aus, ja. Ja. Also, wir waren auf dem ersten Date. Und zu diesem Zeitpunkt war ich aber noch etwas voluminöser und etwas anders, würde ich mal sagen. Also, Bart war nicht immer so on fleek und Haare waren auch nicht da und so weiter und so fort. Und ich hab halt, äh, zum Beispiel meine letzte kurze Hose, die ich habe, da kannst du vorne noch einen Basketball reinpacken, weil einfach der Umfang nicht mehr gepasst hat, so, ne? Und hast den Gürtel immer, äh, reingedonnert und, äh, in die Beine passen nachher auch schon zwei Leute rein. Also richtiger Kartoffelsack-Boy. Ja. Und, äh, als wir dann das erste Mal ausgegangen sind, richtig zum, zum Essen, stand die Frau dann im Abendkleid da, komplett schön gemacht. Also wirklich, da ist, da, da konntest du gar nichts zu sagen, das war wirklich atemberaubend. Und dann guckst du so an dir runter, Hoodie, kurze Hose, komische Socken, scheiß Schuhe, hässliche Mütze. Okay, wow, wie hast du das geschafft, dass die Frau mit dir auf ein Date geht? Äh, das war sehr kurios. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich das für mich selber auch komplett gewandelt. Also ich habe ab diesem Zeitpunkt angefangen, äh, meinen, meinen, äh, Kleiderschrank auch auszumissen, weil ich mir gesagt habe, so, ne, irgendwann muss auch mal was Besseres her. Krass. Und ich habe mir, ich habe mir extra zum Ausgehen in den Anzug gekauft. Wobei ich dann auch gesagt habe, ey, wenn du das machst, möchte ich das auch machen. Das war dieser eine prägende Moment in deinem Leben. Ja. Ich habe wirklich sehr viel, also ich habe, also ich trage größtenteils, sage ich mal so, na, nicht Schlotterklamotten, das will ich jetzt so nicht sagen, aber schon so ein bisschen leichter. Aber wenn ich ausgehe, hu, dann geht's ab. Dann geht's, da gibt's bei mir auch keinen, da gibt's nichts mehr dazwischen. Also hat diese Frau dich für die, für die Nachfrauen und Welt behandelt. Absolut. Komplett. Die hat alles auf den Kopf gedreht. Die hat wirklich, aber also nicht mit, mit Absicht oder weil sie das wollte, weil ihr das immer egal war. Ich wollte das irgendwann selber so. Hm? Also, peak fein ausgehen. Bin ich auch super großer Fan mittlerweile von. Sehr gut. Na klar. Sehr, sehr gut. Aber ich denke, bei Männern ist das, um noch kurz auf das Vorurteil zurückzukommen, ich glaube, bei Männern ist das echt egal, denen ist das wirklich Schnuppe. Ich denke noch. Die gehen einfach so aus. Ja. Das Einzige, was sie machen, ist Hände waschen, wenn sie irgendwie von irgendwo kommen, sich ein bisschen das Gewicht, Gesicht machen, ein bisschen Techno-Dusche und dann, okay, das war's. Das ist halt das Entspannte. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich treffe mich jetzt mit jemandem so Date-mäßig oder so, dann weiß ich, okay, du stehst jetzt extra dafür drei, vier Stunden vorher auf, weil ich das komplette, Komplettprogramm mache, auch wenn ich schon gepflegt bin, etc., sage ich mir trotzdem, du musst das machen, Haare waschen, sage ich schon so, okay, mit Spülung und Kur und alles, nochmal 35 Minuten, dann die Haare trocknen, locker nochmal 25 Minuten, dann noch Style, nochmal 30 Minuten, sind schon anderthalb Stunden, nur für die Haare. Dann, dann sagst du, okay, nochmal schminken, ja, okay, nochmal eine Stunde, eine Stunde, zehn Minuten, sind wir schon bei knapp drei Stunden, dann denkst du dir so, ja, gehst du noch entspannt vorher baden, nochmal vorher extra, okay, nochmal eine Dreiviertelstunde extra drauf, ja, und dann, dann überlegst du dir, okay, du wirst eine Weile brauchen, vor dem Kleiderschrank zu stehen und zu entscheiden, was du anziehst, das dauert auch nochmal eine halbe Stunde, ja, und dann nochmal so, vielleicht nochmal die Fingernägel anmalen, auch nochmal, nochmal 20 Minuten, dann bist du schon fast bei vier Stunden. Ich finde das gut. Das ist hart. Ich weiß, ich finde das aber sehr schön, ehrlich gesagt, ich mag das, weil das zeigt doch immer, dass eine Frau, dass das für sie selber sehr wichtig ist. Ja. Ich finde auch der Dude, der sitzt dann auf dem Klo nebenbei und quatscht einfach mit dir die ganze Zeit und guckt sich das an. Ja. Ist wirklich so. Mich stört das überhaupt nicht. Also das ist ja auch so ein Ding, worüber gesagt wird, das ist glaube ich auch so ein Vorteil, dass Männer das immer scheiße finden, wenn Frauen sich, sag ich mal, hübsch machen und das ewig lange dauert. Ich setze mich dann immer hin und gucke und schaue mir das an, was so, was gemacht werden muss oder was gemacht wird. Dann quatsche ich nebenbei ein bisschen Blöde und gucke mir das nochmal an. Ja. Ich feiere das. Dann noch mal fragen, was machst du da gerade? Ist das Mastara? Ja, eben, genau. Um halt vielleicht noch ein bisschen was dazuzulernen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Weil ich sag mal so, wenn sich jemand schon die Mühe macht, sich extra hübsch zu machen, dann sollte man das auch wertschätzen. Kennst du denn die einzelnen Schminke-Gegenstände für das Gesicht? Nee. Nee, so tief bin ich noch nicht in der Materie. Aber es gibt viele. Es gibt sehr viele, das weiß ich. Es gibt super, super viele. Was ist ein Concealer? Das kann ich dir nicht sagen. Was? Das Wort habe ich gehört schon und kann mir auch irgendwas vorstellen, aber was ganz Genaues kann ich dazu nicht. Okay. Gut. Was ist ein Concealer? Naja, Concealer ist was, um deine Augendinge wegzumachen. Ah ja, genau. Um es zu concealen. Concealer, ja, 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 okay. Ja, ja. Und dann gibt es noch die Foundation. Ja, das weiß ich. Das ist fürs Gesicht. Ja, ja, das weiß ich auch. Ja, ja. Highlighter. Ich finde Make-up so schön, ne? Ja, voll. Ich finde Make-up so toll, weil sich die Menschen damit komplett entfalten können und einfach jemand sein können, der sie sein möchten. Ja. Und das aber nicht nur in einer Form, sondern in vielen. Ja. Und das heißt, das muss ja nicht mal bedeuten, weil man irgendwie, der gängige Ton ist ja immer, weil du hässlich bist, benutzt du Make-up. Ja. Das ist völliger Quatsch. Du kannst halt irgendwer anders sein. Das ist halt mega geil. Ich feier das total. Das ist mal wie so eine, wie so eine, wie so eine Leinwand, die du mal mir anmalen kannst. Ja. Ja, eben. Ich feier das total. Voll. Ja, du musst beim ersten Date musst du mit dir in den Schwimmbad gehen, damit du siehst, wie sie ungeschminkt aussieht. Ach, die soll einfach die Fresse halten. Ungeschminkt, ungeschminkt. Am Ende des Tages, weißt du, liegt sie da und ist nicht ungeschminkt und dann macht sie dir den kleinen Löffel und du hast trotzdem Ständer. Also halt dein Maul. Was willst du denn jetzt schon wieder? Na, ist doch so. Die Leute tun immer so, weißt du, das ist so, die Männerwelt, das sind einfach so richtige Primaten. Also natürlich jetzt nicht jeder wieder an der Stelle, aber das sind so richtige Primaten. Was interessiert dich das denn, ob du ins Schwimmbad gehst und da das Make-up runter geht? Dafür ist doch Make-up da, dass sich Menschen wohlfühlen können in ihrer eigenen Haut. Ja. Und ich sag mal, wenn es dazu nicht reicht, dass du deine Frau jetzt in dem Beispiel morgens nach dem Aufstehen nicht hübsch findest, dann geh dich löschen. Dann geh dich löschen. Weil Schönheit kommt nicht von außen. Weil am Ende des Tages, und das ist meine Erfahrung, die ich persönlich getätigt habe, die Schönheit ist, und das so dumm und so abgedroschen, wie es auch klingt, kommt halt scheiße nochmal von innen. Ja, das stimmt auch. Weil einen Menschen fängst du an, irgendwie zu lieben oder zu mögen durch seine Charakterzüge und nicht durch seine Äußerlichkeit. Die Äußerlichkeit trägt nur dazu bei, dass du eine Lade kriegst. Ja. Und dafür reicht auch, dass du zum Beispiel nicht unbedingt das Gesicht sehen musst. Die kann auch ein bisschen mit dem Hintern wackeln und dann geht das auch von allein. Das ist richtig schrecklich. Das wollte ich auch früher immer, immer, wenn ich einen Freund hatte, immer gefragt, Jen, du bist so hübsch, warum holst du dir denn so ein? Immer, egal, egal wen ich hatte, immer. Und immer das den Leuten zu erklären, dass, wenn ich dann gesagt habe, mir geht es doch aber nicht nur um das Äußere, sondern um das Innere, dann war es dann immer so, also findest du den hässlich? Nee. Die haben das dann immer darauf direkt geschlussfolgert, wenn ich sage, nee, mir geht es um die inneren Werte. Und dann, oh, so findest du den hässlich, willst du mir jetzt sagen? Nee, das will ich dir damit auch nicht sagen. Aber was soll ich denn mit so einem richtig geilen O-Matico-Typ, der so richtig wie geleckt aussieht, mit so einem scheiß Charakter? Der wird irgendwann 70, 80 schrumpelig oder weiß ich nicht, oder der verbrennt seinen ganzen Körper und trotzdem ist er dann aber noch scheiße. Wenn du aber, ich sag mal, ich will nicht hässlich sein, aber wenn du einfach einen Mann hast, der einfach normal aussieht, aber der hat einen geilen Charakter, es ist so egal, inwiefern er sich äußerlich entwickelt, weil der Mensch bleibt ja immer noch der Gleiche. Das schenkt mir so viele nicht. Ich meine, Äußerlichkeiten spielen schon auf eine gewisse Art und Weise eine gewisse Rolle, weil du musst ja dich am Anfang, also du musst ja am Anfang, hast du ja nichts außer einen visuellen Eindruck. Genau, das ist ja auch das anfängliche Ding. Genau, und da muss ja irgendwas sein, sonst kommst du ja nicht zu dem Punkt. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Frau habe, die ich persönlich äußerlich nicht zwingend attraktiv finde, dann fängt da ja nichts an so. Richtig, ja. Aber man bleibt ja auch im Endeffekt wegen der Persönlichkeit. Natürlich. Ja. Da ist das am Ende, da ist das am Ende egal so, ob du morgens aussiehst wie ein Sack Kartoffeln, spielt da keine Rolle, weil ein Sack Kartoffeln ist halt auch immer noch schön. Richtig. Was war denn eigentlich das Vorurteil? War das von dir oder von mir? Nee, das war von mir. Ich hatte gesagt, Frauen ziehen sich nur kurze Kleider an und Männer so. Ach so. Okay. Ja, da sind wir. Das edelt sich jetzt sogar. Männer fühlen sich am wohlsten, wenn sie in Jogginghose vor der Glotze sitzen und Fußball gucken. Das können sie tagelang, solange sie man mit Bier und Fastfood versorgt. What the fuck? Ja, okay. Ja, und was hast du dazu? Also ich münze das mal auf mich selber. Ich gucke kein Fußball. Ich trage super selten Jogginghose. Ich verlasse auch das Haus nie in Jogginghosen. Nie. Oh, was? Unter keinen Umständen. Wenn ich das Haus verlasse, sehe ich gut aus. Ja. Das ist mir selber wichtig. Also jetzt, wenn ich zum Mülleimer gehe, ist das natürlich was anderes so. Und auf der Couch sitzen mag ich auch überhaupt gar nicht. Das ist mir eindeutig zu langweilig. Ich brauche jetzt hier einen Klischee, Mann. Ich brauche einen Klischee, Mann? Ja, jetzt hier vor mir. Der sagt, ja, auf jeden Fall, richtig. Also ich denke schon, dass das ab und an mal so der Fall ist. Aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist, würde ich sagen. Ja, dann stellen wir uns halt vor, tagelang vor der Playstation und das Lieblingsspiel, Daddeln. Das glaube ich, ist schon, ja, doch. Das kommt schon hin. Und dann hast du noch jemanden, der dich mit Essen versorgt, immer, hier bitte für dich, und noch was zu trinken. Oh, hier auf Gebühren, ein Bierchen. Weißt du, wie schön das ist, wenn eine Frau dir was zu essen macht? Ja, es ist auch schön, wenn ein Mann was zu essen macht. Bitte? Es ist auch schön, wenn ein Mann was zu essen macht. Natürlich, aber das ist so eine kleine Geste, die finde ich, also die persönlich feiere ich am meisten. Also wenn jetzt die Frau was zu essen macht, die durchs Haar streicht, die auf die Stirn küsst und sagt, hier ist was, feiere ich so sehr. Da ist einfach, da bleibt die Welt stehen. Ehrlich, da bleibt die Welt stehen, das ist so, ja, meine Königin. Ja, ja. Ist so. Das ist so schön. Aber ich glaube, das mit dem, also ich denke auch, dass es viele gibt, die einfach nur zocken und da sitzen. Ja, aber es ist auch für mich so einfach, würde ich auch sagen. Ich sitze auch gerne einfach tagelang rum und mache nichts und kriege Essen und Trinken. Das ist absolut korrekt, außer dass er seine Social-Media-Seiten checken und irgendwelche wilden Selfies machen vom Sofa und Storys erzählen. Auf dem Spiegel. Auf dem was? Vor dem Spiegel. Vor dem Spiegel, ja. Oh, ich hatte gerade noch so ein schönes Vorurteil, jetzt habe ich das wieder vergessen. Denkner. Mist. Ja, ich bin schon dabei. Vielleicht schmeißt du einfach noch Fix 1 in den Ring. Okay, Männer denken immer nur an das eine. Das ist absolut korrekt. Also der Löwenanteil der Männer ist absolut korrekt. Ich habe es doch letztens irgendwo gelesen. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Ich habe irgendwo auf Twitter, glaube ich, gelesen gestern, da stand, Männer und Frauen passen einfach bewiesenermaßen nicht zusammen, weil Männer irgendwie irgendwas mit 300 irgendwas mal an Sex denken und Frauen irgendwas mit 20 mal am Tag. Also, wenn ich jetzt wirklich, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Ganz, ganz weit. Ganz, ganz weit. Ich denke, dass der Trieb eines Mannes schon sehr ausgeprägt ist. Wirklich sehr ausgeprägt. Bei jedem? Es gibt natürlich Ausnahmen und davon gibt es bestimmt auch nicht so wenig. Aber der Großteil der Männer könnte jeden Tag die ganze Zeit nonstop, egal wann, wo, wie. Der Witz an der ganzen Sache ist, Frauen sind da überhaupt nicht anders. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ausnahmen. Nicht mal wie Ausnahmen. Es gibt auch Ausnahmen. Es gibt, ich kenne auch, ich kenne auch eine, die ist so, obwohl, nee, warte mal. Gut, da können wir jetzt auch wieder von Assexualität sprechen, die denken gar nicht dran. Das gibt es natürlich auch. Also, na klar, es gibt auch die Beispiele, wo das definitiv nicht unbedingt der Fall ist. Ich denke aber auch, dass der Löwe-Anteil von Frauen da sehr ähnlich tickt. Nur, ich glaube, nach außen wird das nicht so kommuniziert, damit sie quasi dieses Lady-Dasein behalten. Und das ist auch okay so und das ist auch gut, weil, also, man sollte sich das quasi erobern sozusagen. Aber ich denke, das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Aber genauso ist es ja auch mit den Sachen so, wenn Männer ganz viele Frauen hatten, ist es ein Playboy. Und wenn Frauen ein paar mehr Männer hatten, ist es eine Schlampe. Warum? Weil das dumm ist. Weil, ich denke, das ist das, das geht in die, ich würde sogar fast mal behaupten, und das kommt so aus der, aus der Welt der Prostitution, dass das als Schlampe gesehen wird, weil da haben ja Frauen sich für Geld dementsprechend prostituiert, auch schon seit vielen Jahrhunderten oder wurden prostituiert, fair prostituiert, fair prostituiert. Ich denke, das kommt eher daher, weil das wurde ja so auch als Schlampe angesehen. Aber ich, also gab es, gab es früher keine Männer, die das gemacht haben? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich denke schon, dass es auch Männer gab. Also in Rom zum Beispiel war das auch gang und gäbe, dass einige so Männer hatten für ihre, für ihre Spielchen. Aber ich denke, also wenn ich mich recht entsinne, wurde das geschichtlich nicht so übertragen, wie Freudenhäuser mit Frauen. Schon, ne? Eigentlich. Aber es gibt auch vereinzelt Fälle, wo man das geschichtlich erlesen kann, dass das auch Männer mit Männern hatten, zum Beispiel. Ja. Und bestimmt auch Frauen mit Männern, klar. Ja. Krass. Aber dieses Schlampe-Ding habe ich auch noch nie verstanden. Ich auch nicht, keine Ahnung. Absolut gar nicht. Ich sage mal nur, also nur weil eine Frau jetzt mit beispielsweise zehn Männern geschlafen hat, naja, dann hat sie halt mit zehn Männern geschlafen und ihre Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch gar nicht wild so. Ich kenne Männer, die haben mit über 100 Frauen geschlafen. Schön. Ja. Ich meine, man sammelt halt seine Erfahrungen, bis man weiß, was man möchte so. Das ist ja vollkommen legitim, sowohl auf der einen Seite als auf der anderen. Oder man hat die Erfahrung gemacht, dass man das gar nicht möchte. Gibt's ja auch. Aber dann als Schlampe zu titulieren, weiß ich nicht. Also ich sage mal so, nehmen wir mal einfach, was ist denn so der Schnitt? Keine Ahnung. Ich sage mal fünf, glaube ich, Geschlechtspartner, zehn? Im Leben? Ja. Zehn? Naja, aber die Frage ist, woher nimmst du den Schnitt? Ja, genau, man müsste mal gucken. Man müsste das mal, man müsste das mal recherchieren. Okay, machen wir unseren Schnitt. Wie viel hattest du schon, wenn du das beantworten möchtest? Oh, jetzt geht's. Ich glaube, warte, sechs. Okay. Ist dein Schnitt? Zwölf. Oh, einfach das Doppelte. Ey, zwölf. Also, da bist du aber, da bist du der einzige Mann, den ich kenne, der so wenig hatte. Wirklich, immer wenn ich das frage, entweder die blöffen, ich weiß es nicht. Soll ich dir was sagen? Ja, sag mal. Je älter ich werde, ja, desto mehr möchte ich, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auf, wenn ich schon Sex habe, dann möchte ich keinen langweiligen Sex haben. Also, weder Sehsternchen oder Licht aus oder was auch immer da alles so, nee. Und das hat, irgendwann hat das einfach aufgehört, weil meine, also meine ganzen sexuellen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in meinen Zwanzigern, die waren alle grundweg scheiße. Alle waren sie scheiße. Wirklich. Das sieht dann so aus, dass dir, oh ja, also ich fress Schwänze wie Nudelsalat und ich blase dich einfach auf den ganz anderen Planeten. Du darfst überall, darfst du deine Sauerei machen, bin ich alles dabei. Ja, zack, bei dir, Klamotten aus, liegt sie da wie ein Seestern. Das sind meine sexuellen Erfahrungen. Und dann sage ich auch immer ganz ehrlich so, ey, nee, sorry, ich respektiere dich als Frau, aber das möchte ich nicht. Ja. Das möchte ich nicht, das ist weder für dich gut, noch ist das für mich gut. Wir können uns jetzt noch gerne unterhalten, wir können noch was leckeres essen und uns unterhalten, weil das ist okay, aber danach ist Feierabend. Auf so, nee. Und deswegen so, ja. Den Durchschnitt gefunden. Ah ja, erzähl. Bei der durchschnittlichen Anzahl der Sexualpartner liegen im heterosexuellen Kontext die Männer weit vorn. Sie berichten von durchschnittlich 9,8 Sexualpartnerinnen, Frauen hingegen von durchschnittlich 6,1. Naja. Hä, so wenig? Weiß ich nicht, vielleicht sind, äh, ist die Damenwelt, äh, äh, weiß ich nicht, bindet sich länger, oder, also, weiß ich nicht. Was? dass, dass die Bindung länger halten zu Männern oder so, dass sie nicht wechseln? Oder weil es wirklich so dieses aufgedrückte Schlampendasein ist? Äh, gerade jetzt so mit diesem ganzen Lavu und Tinder-Ding. Ja gut, aber, Verzeihung, da musst du ja auch nicht immer gleich zum, zum eigentlichen, zum Akt kommen. Naja, ja, aber dafür, also Tinder und so, also Tinder besteht hauptsächlich nur daraus. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, bei sechs und bei neun. Äh, äh. Na gut, du musst aber auch immer, du musst aber auch immer den großen Schritt, äh, den großen Schnitt nehmen, ne? Also, wenn du jetzt mal nur Deutschland betrachtest, ich glaube, Deutschland hat aktuell 81 Millionen Einwohner, das ist, davon werden vielleicht, weiß ich nicht, ein paar, also ein paar im Verhältnis nur Tinder benutzen. Mhm. Und dann hast du, dann hast du immer die Menschen mit schlechter Erfahrung, die irgendwann sich, äh, die, die ihre schlechten Erfahrungen gesammelt haben, die dann nicht mehr offen dafür sind, äh, dann hast du halt die geschädigten, sag ich mal, Menschen, die sowieso aus irgendwelchen toxischen Beziehungen kommen oder sonstiges dergleichen für die das schwer ist, sich zu öffnen. Irgendwann hast du ja, guck mal, sagen wir mal, du gehst in deine, deine, äh, Mid-20s oder Anfang-20s so. Jeder, also ich würde, na, 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 was heißt jeder? Das kann man auch wieder nicht so sagen. Vielleicht ein sehr großer Anteil hat eine super beschissene Beziehung. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal mich betrachte, was für eine Art Frau nicht in der heutigen Zeit kennenlerne, dann, das sind alles gebrochene Hühner. Ja. Das sind alles gebrochene Hühner, wo vorher irgendwelche, äh, sag ich mal, äh, unangenehme Männer dran waren, also dran waren in Anführungsstrichen, die, die einfach nur Scheiße gemacht haben, so, die dann wirklich nur auf der Couch gesessen haben oder ich geh mit meinen Boys raus, ich will keine Zeit mit dir verbringen oder so ein Bullshit, weil das ist ja mittlerweile auch so ein sehr übertragenes Bild, ne? Und dann dieses Bild wird halt, ja, das möchte die Frau oder nicht und dann hast du wieder dieses, äh, dieses, dieses geprägte Bild, Frauen wollen nur Arschlöcher haben und so weiter und so fort und davon werden Menschen halt gebrochen und irgendwann haben sie keine Lust mehr. Also ich geh mal ganz, auch je älter man wird, ne? Was meinst du? Je älter man wird, desto mehr wird man, glaube ich, mit solchen Menschen konfrontiert, die schon viel Kacke erlebt haben. Ja, das ist wirklich, du kannst das gar nicht in Worte fassen, was dir, also ich bin ja ein Mensch, der sich das auch gerne anhört, um mich weiterzubilden. Also ich, also was mir schon für Sachen erzählt wurden, da wird dir aber auch ganz anders werden. Und je älter du wirst, desto mehr hast du halt solche, so Art von, von Menschen, die ihr Päckchen zu tragen haben und für einige ist es halt schwer und dann hast du halt irgendwann, glaube ich, hast du dann noch keine Lust mehr auf viele sexuelle Partner und dann hast du natürlich, du hast natürlich auch eine Splittergruppe, die da immer noch Bock drauf hat, so, das wirst du auch haben, aber ich denke, der Großteil hat schon gut zu strugglen. Also was ich mal von, von dem Mann gehört habe, war, ja, das Problem ist, je älter ich gerade werde, desto mehr Probleme habe ich, eine Frau zu finden ohne Kinder. Ja, ja, ich denke auch, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so extrem ist, weil, ich glaube, ich würde mal fast sagen, die Geburtenrate sinkt ja auch. Ja? Ja, die Geburtenrate sinkt auch, also ich denke, dass der Anteil kleiner wird. Also ich gehe mal davon aus, dass die letzten zwei Jahre die Geburtenrate wieder gestiegen ist, aufgrund von Homeoffice und viel Knickknack und hier, die wird jetzt wieder steigen, schätze ich, aber ich würde mal fast behaupten, so schwer ist das gar nicht. Keine Ahnung. Und zumal, ich glaube, also wenn ich das mal jetzt auf mich betrachte, man kann, die Zeitspanne oder die Alternspanne ist ja als, als Mensch kannst du ja ziemlich weit auch zurückgehen, sozusagen. Also zum Beispiel, nimm mir einfach mal dieses Mann-Frau-Ding. Frauen reifen sehr, sehr früh im Kopf. Das heißt, sie sind meistens so mit 24, 25 ist der Großteil schon erwachsen. Ein Mann fängt ab 30 erst mit dem Scheiß an. Oder gar nicht. So, das heißt ja, guck mal, wenn ich jetzt, warum? Kann ich dir gar nicht sagen, warum das der Fall ist. Guck mal, wenn ich mal jetzt, ich nehme mich einfach als Beispiel. Ich habe mit 36 angefangen, mein Leben so richtig auf die Reihe zu kriegen. So richtig. Also mit Hütte ist aufgeräumt, Kopf ist aufgeräumt, ich weiß, was ich möchte. Und das hat ewig lange gedauert. So, und du jetzt, nehme ich mal dich als Beispiel, du bist jetzt 27, du wirst wahrscheinlich schon ein bisschen früher reifer geworden sein und kannst besser auf solche Sachen und, was heißt solche Sachen, solche Dinge eingehen. Ich glaube, das ist so, weil Frauen sich viel in der Zeit so zwischen, naja, ich sag mal, ab 21, 22, sich viel mit sich selbst befassen. So dieses ganze, dieses ganze Selbstliebe-Ding und, und, was bin ich wert und so, ich finde, dass das ein Großteil, was dazu beiträgt. Weiß ich nicht. Das kann sein, ja. Also das habe ich auch jetzt erst angefangen. Ja. Das heißt aber auch dann im Umkehrschluss, dass der Mann beispielsweise sein Pool, auf den er in Anführungsstrichen zugreifen kann, geht ja schon viele Jahre auch zurück. Ja. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, mit 37 könnte ich mir auch, sage ich mal, jemanden nehmen, der 10 Jahre jünger ist. Ja. So, und andersrum ist es ja auch oft, also, ich würde schon sagen, oft, dass Frauen sich auch ältere Männer nehmen. Ja. Weil sie halt auf, es ist halt, es ist auch tatsächlich auch einfach so, ähm, weil, wenn du, wenn du, wenn du überlegst, was du halt vielleicht schon als Frau durchgemacht hast, was für Kacke du hast, und es ist halt immer, wie du gerade, also nicht immer, ich will, ich sage immer gerne, Leute, Ausnahme bestätigen die Regeln, nehmt nicht alles. Naja, wie gesagt, ich rede von mir. Ähm, ich habe den Eindruck, dass viele Männer zum Beispiel so mit 24, 25, 26, 27, 28, die wissen noch so gar nicht richtig, was sie wollen. So, das ist so dieses, dieses Ungefestigte und, und, und auch, ich würde sagen, dieses sehr kindische Verhalten, das haben, das haben die so stark, finde ich, und das ist so anstrengend. Und wenn du dann halt denkst, okay, dann guckst du dir einen 10 Jahre Älteren an, denkst du dir so, der weiß irgendwie, was er will, oder mit dem bist du nicht direkt, mit dem, mit dem kleinen Pups im größten Krieg der Welt, oder, der hat ganz, weiß ich so, Alter, das ist so, das ist so, der hat halt auch schon was durch, du hast was durch, nur, dass er 10 Jahre älter ist, aber irgendwie ist es halt so entspannt, so, weißt du, wie ich mein, so, weiß nicht, wie ich das ausbeschreiben soll. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, ja, also ich weiß, was du meinst, ich bin auch super entspannt, bei, also bei, bei all diesen, bei all diesen Themen, oder Problematiken, die da auftauchen, bin ich mega entspannt, also ich hab die Ruhe weg. Weil man halt schon ein bisschen was durch hat, und sich denkt, okay, das, was jetzt ist, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Nee, ist halt Kinderkacke. Ja. Also zum Beispiel, wenn jetzt, wenn, sagen wir mal, ich würde jetzt eine Frau kennenlernen, die schreibt mit anderen Männern, oder hat andere, äh, männliche Freunde, das würde mich gar nicht jucken. Ja. Das würde mich überhaupt nicht jucken. Das wäre mir so egal. Oder wenn, Schatz, ich gehe heute mit, mit, weiß ich nicht, Hubert gehe ich aus, wir gehen feiern. Viel Spaß, wann soll ich dich abholen? Genieß die Zeit. Ja. Ja. Tschüss. Mach, was du willst. Okay, was würde, was würde dann im Kopf, von einem 25-Jährigen vielleicht da abgehen? Keine Ahnung, vielleicht will er mit und da seine Hand draufhalten oder so, I don't know. Es ist halt am Ende, du, am Ende ist das auch, glaube ich, so ein Ding von, von Selbstwertgefühl. Ja. Also für mich zum Beispiel weiß ich, wenn eine, sage ich mal, meine Frau, eine Frau in meinem Leben ist, ich weiß, dass sie keine anderen will, weil die das alles kriegt, was, also sie kriegt, sowohl emotional, als auch körperlich, kriegt sie genau das, was sie möchte. Ja. Und wenn, wenn sie sich einen anderen sucht, hat sie das nicht gekriegt und dann ist das auch okay. Ja. Und dann kann auch, meinetwegen, was auch immer machen. Dann musst du dir halt auch, dann muss man sich auch selbst sagen, okay, das hat jetzt nichts mit mir als Person vielleicht zu tun, sondern es liegt einfach an ihr. Es hat auch oftmals, also oft hat das damit zu tun, dass es an jemand anderem liegt, so. Weil man, also was heißt oft, das kann man ja so auch nicht sagen. Wie gesagt, wenn du, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn ich in meine Position gehe, ich bin ein reflektierter, erwachsener Mann, so, dann kann ich das schon unterscheiden, ob ich Scheiße gemacht habe oder nicht. Und dann ist das auch, dieses ganze Einengen, und dieses, du darfst das nicht und du musst dir wegen jedem Scheiß den Kopf einkloppen, ist halt so, weiß ich nicht, so unnötig. Ja. Bringt halt nur umsonst Stress. So, das heißt, bitte? Ich hatte letztens einen TikTok gesehen, ähm, da wurde, ich glaube, da wurde das Thema Fremdgehen auch behandelt und da wurde gesagt, dass man doch, aber auch selbst sich fragen sollte, okay, warum ist er fremdgegangen, das liegt doch bestimmt an mir. So dieses, jeder hat auch eine gewisse Schuld an sich selbst, wenn der andere Partner fremdgeht. Wie siehst du das? Würdest du sagen, du trägst daran Schuld, wenn dir deine Partnerin fremdgehen würde? Es kommt, okay, pass auf, das wird viele Leute triggern, äh, aber das ist super rational jetzt gerade, ja? Mhm. Ähm, gesetzlichen Fall und ich spreche jetzt gerade nur als Hetero-Mann aus dieser Perspektive. Ich schließe hier niemanden aus, ich rede nur aus meiner Perspektive. Sagen wir einfach mal, wir, wir bauen einfach das, äh, Beispiel, wir beide werden jetzt liiert, weil das ist das einfach sehr. Mhm. Und sagen wir mal, du hast wirklich Stress und wir haben drei Monate keinen Sex mehr. Mhm. Du hast ein Bedürfnis. Also du, du hast ja dieses körperliche Bedürfnis. Wenn du dieses Bedürfnis nicht erfüllen kannst, holst du dir das Bedürfnis von woanders. Mhm. So, jetzt kommt aber der Fakt und der Punkt, wenn du darüber nicht redest, Ja. dann funktioniert das nicht. Dann gehst du irgendwann fremd. Weil wenn du nicht äußern kannst, dass, Schatz, ich möchte gerne Sex haben, weil ich mich zu dir hingezogen fühle, und darüber nicht geredet wird, ist das ein Problem. Also, fremdgehen muss nicht immer, nicht immer, nur an einer Partei liegen, es kann auch an zwei Parteien liegen. Zum Beispiel, wenn du lange, da bist du ein bisschen länger zusammen und du findest irgendwann deinen Partner nicht mehr sexuell attraktiv. Mhm. Kann durchaus passieren. Weil er, der wird, er sieht irgendwann anders aus, geht einen anderen Lebensweg und das findet man nicht mehr attraktiv. Dann sollte man zumindest die Eier in der Hose haben und zu sagen, ey, das wird mit uns beiden nichts mehr. Oder zu sagen, sich hinzusetzen und das wieder zu fixen. Ja. Und zu sagen, ey, pass auf, okay, ich hab dieses Problem, das Problem und du redest miteinander. Ja. Also es gibt in dieser Konstellation super viele, super viele Beispiele. Ich zum Beispiel, aus der Jugend, ich war mit einer Frau zusammen, das war in meinem Studium, meine erste Freundin und die ist auch fremdgegangen. Weil wir hatten eine Fernbeziehung irgendwann, weil sie durch ihre, durch ihre Ausbildung ist sie umgezogen und sie hat in der Ferne gearbeitet und hat sich da auch in anderen gearbeitet. Mhm. Okay. Schön für dich, freut mich. Tschüss, bin weg. Und dann ist das auch gegessen. Hatte auch schon eine Dame, die ist frisch aus der Trennung und ich war der Notnagel. Hatte ich auch schon. Wenn das nicht kommuniziert wird, ist scheiße. Wenn das kommuniziert wird, ist das kein Problem. Ja. Wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, du hast jetzt in meinem Fall eine Partnerin und du wohnst weit auseinander und die Partnerin sagt dir einfach, ich hab super harte Bedürfnisse nach Sex. Mhm. Aber ich möchte dich trotzdem emotional in meinem Leben haben und auch als sexuellen Partner. Wenn du darüber sprichst und sagst, weißt du was, dann hol dir das, ich will das nicht wissen, mach einfach, dann ist das auch völlig fein. Aber man muss halt darüber sprechen und gucken, wo seine Grenzen sind und was für ein okay ist. Ja. Aber dieses Hinterrücks, dein Willy irgendwo reinhalten oder andersrum geht das ja auch, Frauen gehen ja auch fremd, ja. Ja, ja, ja. Das ist halt scheiße so, weil dann hast du auch einfach charakterlich, bist du einfach super schwach. Dann bist du super schwach und dann kommt ja das Ding, irgendwann, weißt du, wenn Leute fremdgegangen sind, dass sie das ihrem Partner auch noch erzählen und dann gehen. Das ist richtig charakterlich schwach, weil dann hast du nämlich so einen kleinen Willy. Also. Du könntest auch einfach dich dazu entschließen, zu gehen und demjenigen nicht weh zu tun, weil damit richtest du so unfassbar viel Schaden an. Wenn du hingehst und sagst, ich bin fremdgegangen, ich trenne mich. Du könntest auch einfach sagen, ich mag dich nicht mehr, funktioniert nicht mehr, ich gehe. Und das tust du auch nur, damit du dich besser fühlst, damit du mit der Schuld nicht lebst. Fickt euch. Fickt euch einfach, weil damit zerstört die nämlich andere Menschen und zwar richtig hart. Hab ich doch nicht drüber nachgedacht. Du zerstörst den anderen Menschen damit, weil der sich unfassbar fucking schlecht fühlt. Du könntest auch einfach gehen und musst es ihm nicht erzählen. Am Ende kannst du sagen, okay, wir können auf Ehrlichkeit plädieren und du könntest wirklich probieren, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, es tut mir wirklich leid. Du könntest sagen, es tut mir leid, ich würde das gerne mit dir noch probieren. Das ist ein anderer Jam. Das ist ein ganz anderer Jam. Aber zu sagen, ich bin fremdgegangen, ich trenne mich jetzt. Also du meinst dieses, ey, ich bin dir fremdgegangen, es tut mir leid, lass mal probieren oder was meinst du gerade? Ja, genau. Es kann ja sein, dass du, es kann ja wirklich, man, jeder Mensch hat immer mal seine Schwäche und kann wegbrechen. Hat jeder. Und auch nicht jeder hat sich immer im Zaum. Es gibt auch Leute, die brechen dann einfach kurz weg. Wenn du dann aber sagst, bei uns beiden jetzt, sag ich einfach mal, ich hab mit Sonja jetzt Knickknack gemacht und dann komm ich zu dir und sag, Jen, es tut mir wirklich leid, ich hab einen sehr großen Fehler gemacht, ich möchte dich aber in meinem Leben nicht verlieren. Ja. Kannst du mir verzeihen? Können wir daran arbeiten? Was wäre so ein Ding, wo du mir entgegenkommen könntest? Das ist ein anderes Ding. Aber zu sagen, ich bin Fremdgegangen, ich geh jetzt, tschüss. Das ist einfach so. Nee, das machst du nur, damit du deine eigene Schuld loswirst. Damit du mit dieser Bürde nicht mehr leben musst. Das ist ja genau dasselbe, wenn du dich trennst und du fängst allmöglichen Scheiß an, dir an den Kopf zu werfen. Das machst du nur, damit du dich besser fühlst. Du machst das nur, damit du dich alleine besser fühlst. Ja, das stimmt. Und das wirfst du nur auf den anderen ab und der fühlt sich scheiße. Ja, richtig. Anstatt zu sagen, weißt du, es tut mir wirklich leid, ich geh jetzt, das funktioniert nicht mehr, das reicht. Das reicht vollkommen aus, weil damit musst du, du musst nicht selber, du musst selber mit dir klarkommen, was da für eine Scheiße passiert. Und du musst selber für dich rausfinden, ob irgendwas nicht funktioniert oder ob es funktioniert. Aber das abzuladen auf den anderen ist einfach charakterlich super schwach, weil du das auf deinen Schultern nicht tragen kannst. Das lernst du aber auch alles erst viel später. Natürlich lernst du das später. Aber dafür gibt es ja auch so einen Podcast, wo man darüber mal sprechen kann. Über was genau? Den anderen? Über solche Dinge. Ach so, ja. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir nicht irgendwas lernen davon. Das stimmt. Siehste. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Ich hatte dir einen Vorteil gegeben, Männer denken immer nur an das eine. Ja, das ist korrekt. Ja, und dann hatten wir ja bei Frauen eigentlich auch. Das ist auch korrekt. Ja. Das ist auch absolut korrekt, ja. Schön. Außer natürlich, es geht aufgrund von hormonellen Schwankungen oder körperlicher Verfassung geht's nicht. Ja. Und dann hat man noch vielleicht die Pille drin. Das kommt auch noch. Auch nochmal Einflussfaktoren sind. Das ist dann natürlich ein bisschen. Da können wir auch noch immer drüber reden. Das ist auch noch komplizierter. Das ist auch. Ich sehe gerade, Jen, es ist jetzt auch schon 11 Uhr und du wolltest heute pünktlich Abflug machen. Das heißt, wir werden einfach mal ganz gediegen irgendwie abmoderieren mit dem Thema am Ende. Das war ganz schön der Brocken am Ende jetzt hier. Ja, schon so ein bisschen, ne? Hey Jen, würdest du dich auch freuen, wenn ganz viele Menschen uns Feedback und Kommentare unter die Videos schreiben und vielleicht auch mal ihre eigenen Erlebnisse teilen, dass wir uns das mal Das wäre unvorstellbar und unglaublich toll, ja. Hör auf, das so verarschen zu sagen, weil das ist nicht schön, weil wir wollen das wirklich gerne hören. Ne, wollen wir wirklich, ja. Ich freue mich immer, wenn ein neuer Kommentar da ist. Ich gucke mir, ich lese mir auch mal alles durch. Ich auch. Und ich freue mich da wirklich unfassbar doll drüber. Und es ist auch super schön, dass Menschen uns auf anderen sozialen Medien anschreiben und in unseren Chats und sich Menschen auch schon auf diese Folgen freuen. Ja. Ja. Weißt du, was lese ich immer? Oh, Montag früh zur Arbeit erst mal anhören. Ja. Ja. Geil. Geil. Ja, dann Leute, macht mal bitte. Und ein bisschen Feedback. Vergesst bitte nicht, diese Folge zu bewerten. Kann man das auf Spotify an? Ja, fünf Sterne kann man reinzimmern, wenn man möchte. Vielleicht wollen sie noch vier geben. Das ist absolut. Hey, fünf wäre perfekt und nichts auf dieser Welt ist perfekt. True. Jen, es hat mich wirklich sehr gefreut, heute mit dir diese Aufnahme zu machen. Ich sage Tschüss und Jen moderiert ab. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese ultimative, eine wertvolle Stunde in eurem Leben untergebracht habt und du vielleicht viel Wissen für euren Kopf mitgenommen habt. Vielen lieben Dank und wir hören uns wieder nächste Woche wahrscheinlich, ne? Ja, nächste Woche. Macht gut. Und tschüss. Tschüss.